Hey Internet und YouTube, zurück bei Lucy in the Sky, unser Gedicht des Tages In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren Und aktuell sind das keine Gedichte, sondern Weisheiten Was war das? Okay, wie auch immer Der Plan ist Joby Ich muss nach unten Nein, nicht mal, ich muss hier rein Hallo Du wirst nie wieder putzen müssen Kein Hinweis, Dankeschön, ich bin am Arsch Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden Schon deinen Onkel gesehen? Wie denn? Bin doch noch immer hier Das ist ekelhaft eurer Affäre, wer weiß Ich hoffe, ihr habt das nicht in meinem Kinderzimmer getan Also wenn, ich würde es ja in jedem Schlaf, also von der möglichen, ich weiß nicht, von was ich rede Jetzt müssen wir folgendes tun Keine Ahnung Kein Hinweis, nix Ich deinstalliere einfach das Spiel Ne, okay Onkel Tom Oder? Zu Tom? Wo soll der sein? Was soll ich tun? Was Irgendwas Irgendwie weiß Warte Ach, das ist dem sein Zimmer Das trifft Oh mein Gott, was ist das da oben? Das sind Wunderkerzen YouTube Das sind Wunderkerzen Oh Oh Diese Ratte hat mich beim Zähneputzen beobachtet Irgendeine Aktualisierung? Irgendeinen Hinweis? No Schon wieder Was zum Henker ist hier für ein Kabel? Zum Föhn nach So Wie er hier ums Eck schauen kann, ist mir ein Rätsel Oh mein Gott Wie der muss sein Ich habe keine Ahnung Ich befehle dir Aha What? Tom's Whisky Flasche Okay Tom Tom's Whisky Flasche Damit Mit Tom's Whisky Flasche Habe ich keine Ahnung Hallo? Hey mein Junge, ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich kann jetzt wirklich nicht Warum belügst du mich immer? Was ist jetzt? Der Super Safe Ich habe jetzt keine Zeit dafür Nicht jetzt Warum habe ich jetzt die Whisky Flasche wieder in der Hand? I don't know Warte, ich zeige dir die Flasche Störe jemand anderen, zum Beispiel Tom Immerhin ist er dein Onkel Genau, ich will zu Tom Genau Tom Lass uns spielen Tom Du bist nicht Tom Was machst du noch immer in meinem Haus? Du Hallo Junge Fabius Es scheint alles gut zu laufen What? What? Was soll das bedeuten, Fabi? Fabi Und das ist nicht alles Haben sie seine Zeichnungen gesehen Was soll das? Ich mach mir langsam Was? Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest Was ist hier mit den Zeichnungen? Bring Lucius Ich spreche gerade mit deiner Mutter Das ist nur so ein Erwachsenenkram Mhm Der macht mich Stört mich Mutter Möchte dich da reinreden von dem Wo ist denn dieser Idiot von Tom jetzt? Alles noch von mir? Wunderbar Tom Wo bist du Tom? Tom 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 Komm raus Tom 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 Es unterhalten sich gerade Erwachsene Ja Ja Das unterhalten sich Ich höre sie auch Mutter Aber ich sehe niemanden Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest Ich höre ganz viele Leute Mutter Haben wir die gleiche Krankheit? Oh mein Gott Ich werde psychisch Ja Halleluja Wer ist hier? Will Das wollen wir lieber nicht wissen Also Okay was muss ich hier machen gegen ein Auto und Gas Und Benzin und Feuer und Tod und Elend Wunderbar Aber alles nicht jetzt meine Freunde Wo bin ich? Wohin geht's hier? Tom Bist du hier Tom? Oh mein Gott ist hier ein 33er? Oh 1910 Was ist denn? Ich sehe nichts Ja super Klasse Meine So Das macht mich krank Was ist hier hinten? Nein Lass mich hier vorbei Oh Ein Geheim Ein Geheimgang Ich habe einen Geheimgang gefunden Was ist hier? Das hat überhaupt alles nichts mit Tom zu tun Ich habe den Geheimgang gefunden Oh mein Gott Hier fühle ich mich wie zu Hause Das ist wunderschön Na super hier ist noch alles verriegelt Dann kriege ich das Aha Pillen Flasche mit tödlichen Gift Naja Immerhin Kann ich brauchen Braucht der Teufel immer Fesseln zum Festbinden von Opfern auf dem Tisch Ja Oder für die Freundin Also Manchmal Also ich weiß Ich Keine Ahnung Ich kenne mich mit solchen Dingen nicht aus Soll ich jetzt umdrehen Eine gradiose Idee Okay ist ja gut War nur ein Witz Lucy Fahr Lucy War nur ein Witz Lucy Lucy Ihr versteht Okay Vielleicht haben wir es jetzt verstanden Ja hier ist nichts mehr Hier war Gift Und das ist wunderbar Aber sonst ist hier nichts Kann ich mich hier drauflegen Und Den Geheimgang finde ich nie mehr Das war das erste und letzte Mal Aber gut Falls ich es Trotzdem irgendwann brauchen sollte Wo ist die blöde Flasche Ist das 33er Das ist ein 1933er Fuck ich hab die verkackte Flasche oder Ja Wahnsinn Hier Okay Was Ich will das jetzt kaputt geht Ich will das jetzt kaputt geht Wie hätte ich Wie soll man denn Den Raum Da wäre ich Und das meinte ich damit Deswegen schneide ich hier Weil das verrückt ist Mein gut Ich hätte zwar die Map Naja nicht wirklich oder Scheißdreck Na hier fehlt eine Sicherung Und das bedeutet Oh Hallo Lucius Wenn du etwas Zeit hast Könntest du nach der Kassette Meiner Band suchen Ich kann nicht Ich muss hier auf deinen Vater warten Ich habe hier den Schlüssel gefunden Lass mich gefälligst in Ruhe Oh mein Gott ich sperre mich ein Mach auf Was ist jetzt Ich bin eingesperrt Oh shit Oh shit Oh shit Oh mein Gott Wen könnte ich hier einsperren Mach auf Lass mich raus Wie hast du mich durch das Ding hier durch gesehen Hast du die Kassette schon gefunden Und warum soll ich das durch die Tür hier regeln mit dir Wer der fuck ist da So alright Ich weiß nicht was das ist Aber ob ich es nehmen kann Deswegen nehme ich auf Aha Secret Shut up Jetzt sehe ich den Plan Wo ich schon dort war Ja super Das bringt mir Fortsetzen Was ist das Ein neues Inventarobjekt Halleluja Ich finde das natürlich Fotopapier Aha Mhm Das ist nix Okay Könntest du das loslassen Danke Okay Jetzt Habe ich das hier Oh mein Gott Könntest du abhauen Hallo Junge Es scheint alles gut zu laufen Doch ich habe hier was zu telekinisieren Okay Wo ist es hin Komm her Alright Ich habe eine blödsinnige 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 Kamera So Das Papier scheint leer zu sein Okay Wie kann ich What Wie kann ich jetzt sagen Ich weiß was hier vorgeht Ich weiß es Ich sah die Zeichen Du bist creepy Aha kombiniert Wie auch immer Okay Ich habe den Mist kombiniert Was ist denn das hier Montiereisen Wann habe ich denn das geholt Was zum Henker Wartet Wartet Mit Susan gesehen Meine Kamera Ja super Ja super Das lag doch vorher nicht hier Oder war ich nie hier Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ah Ich kann das doch nicht auf YouTube zeigen Ich weiß noch gar nicht was passiert Ja 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 Zeig mir dass ich die Kamera habe Fuck Danke bis zu sehen Macht's gut Tschüss Ja 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 Ja